Ich habe immer noch keine Ahnung für wen der das alles macht. Du bist verdammt nochmal schnell. Schade. Und aus mir wurde eine Wurst. Also vor ihm lang geht anscheinend nicht, also hinter ihm lang. Oh, nein! Oh, nein! Ist das eklig! Oh, jetzt müsste ich den doofen Knopf drücken und mich dann verstecken. Okay, hier sind jetzt zwei große Töpfe. Das ist schon mal sehr gut. Da kann ich wieder zurück. Are you kidding me? Was? Wie? Ey, ich glaube, ich sterbe viel zu häufig in diesem Game. Das ist ein solcher Töpfe. Mensch auf dem Tisch? Im Kopf? Ne, sieht alles ganz komisch aus. Ich glaub nicht, dass das Mensch ist. So, ich bin leider am Anfang geschlichen anstatt zu werden. Nix da! Niemand hier? Boah, da guckt der echt hinten. Unten hin. Was für... Nein! Ich bin so dumm. Was hast du? Was? Was macht er? Ich finde so viele Bugs gerade. Was ist das denn? Da ist der Schlüssel auf dem Tisch. Der ist aber an so ner doofen Position jetzt schon wieder. Ich bocke mir das immer selber irgendwie ein hier. Verbocke mir hier alles. Was? 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 Nee. Tipps благ. Keine Ahnung was das jetzt für ein Bug war. Gott sei Dank. Oh no, oh no, oh no! Komm, gib los! Mädel, mach die Tür auf! Das funktioniert diesmal nicht, glaub ich. Gott, schon, bitte funktionier! Find mich nicht! Aber... Prost, Mahlzeit! Da oben musst du irgendwie hin, okay? Okay, da geht's nicht hin, kommt schon! Oh, nice! Noch ne Figur! Was auch immer das bringt! Ich denk mal irgendeinen Sinn und zwei Cuts, aber... Nimmst du den Pimpel jetzt bitte mal? Das ist doch ganz offensichtlich, dass ich den Pimpel nehmen muss! Mädel, tu nicht so! Komisch! Das Spiel mag mich nicht! Ich komm hier ja auch! Ah, okay! Ich muss nicht die Pimpel nehmen! Entschuldigung! Okay, verstehe, 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 verstehe! Den Pimpel muss ich aber nehmen! Ne, den Pimpel muss ich nehmen! Wie jetzt? Das waren zwei verschiedene! Okay! Und die sind beide genau gleich hässlich! Schade, hier geht's nicht weiter! Dann muss ich jetzt hier gleich raus! Oh, jetzt darf ich hier vor zwei abhauen! Mann, nun mal, nun mal! Hier komm ich auch nicht raus! Okay, nur hier! Ähm, irgendwie glaub ich aber... Dass das nicht funktioniert! Kam ich hier hinten gar nicht raus? Oh doch! Okay, dann versuchen wir's mal hier! Gut, jetzt wenn die da weggehen, kann ich glaub ich auch durch den mittleren verschwinden! Und... Dann nach rechts abhauen! Jo, okay, so funktioniert's sehr gut! Sehr, sehr gut! Muss aufs Geschirr aufpassen, aufs Kaputte! Aber das wird doch wieder ne ganz, ne ganz enge Kiste hier, oder? Fucking Windows-Update! So, äh... Muss jetzt grad... Mach wahrscheinlich, glaub ich, nen Cut rein und dann passt das! Ey! Mitten in der Aufnahme kommt Windows! Oh, wir müssen ein Update machen! Ich hab ein bisschen Angst... Wenn ich die jetzt... Wenn ich die jetzt... Ja! Hm! Da war ich jetzt gerade ein bisschen überfordert! Ich wusste echt nicht, wo ich hin soll! Ha! Nochmal von vorne! Gucken wir doch mal was! Ich versuche erstmal die Teller umzuschmeißen, die da sind! Und... Vielleicht ist das ein bisschen besser und dann kann ich da gleich wegrennen und hochspringen und... Kann ich eh gar nichts machen! Okay, das ist schon mal gut zu wissen! Die Haken gehen nach da... Da muss ich dem ja irgendwie entgegen... Damit er nicht so schnell ist... Du hast mich nicht gesehen! Nein! 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 Jetzt müssen wir die ganze Schose hier wieder zurück eiern... Um uns dann irgendwo an diesem Haken... aufzuhängen. Nee, das wollen die jetzt nicht wirklich, oder? Ich kletter doch nicht diesen Geschirrberg hoch, oder? Ich kletter doch nicht diesen Geschirrberg hoch, oder? Ihr Arschlöchner weg mit euch, bitte! Ah! Nicht bewegen, einfach nicht bewegen! Oder einfach egal! Hm! Ich bin unter diesem Tisch nicht safe! Gott sei Dank habe ich... ...unendlich viele Leben! Ansonsten wäre ich ziemlich aufgeschmissen! Puss! Hä? Seit wann gucken die denn da drunter? So... So... ... ... ... Komm schon, Jungs, halt auf abzuwaschen. Das bringt doch auch nix. So, der am Waschbecken geht aber gar nicht weg, glaube ich. Doch, jetzt. Okay. So, ich wollte jetzt erstmal sicher gehen, dass wir gleich beim nächsten Mal, wenn sie beide weggehen. Ach, wir hätten es geschafft. Naja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Bitte lasst meine Vermutung aber richtig sein, dass ich da hoch muss. Der ist weg. Da kann er nur auf mich zeigen und weg bin ich. Nein! Wer macht jetzt, er dreht das Ding jetzt nicht um, oder? Okay, er ist nicht der Knöchse, anscheinend. Ist der auch noch schon im nächsten Raum. Ja, na klar. Äh. Hauptsätze, shit. Ach, shit. Oh. Alter. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas falsch gemacht. Bitte, fall nicht runter. Die Küche. Errungenschaft. Freigeschaltet. Dann haben wir die Küche auch abgeschlossen. Aber was gab's denn noch? Oder was gibt's denn noch? Ist das riesig hier. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.